Hallo und herzlich willkommen bei SWAG, Ihr Unicast, komprimierte Informationen für den interessierten ITler. Und zwar, wo geht es heute darum? Nämlich um Danos, dem Disaggregated Network Operating System. Was ist das überhaupt? Im Endeffekt ist das eine Softwarelösung, die auf Debian Linux basiert und eine Art Router darstellt. Oder manche sagen nach Router, Router. Ich aber nicht. Was macht das Ding denn? Routen, toll. Das können viele Lösungen. Da gibt es tausend Sachen, da gibt es IP-Fire, da gibt es OpenWrt, da gibt es PFSense, da gibt es OPN-Sense, da gibt es kostenpflichtige Lösungen. Aber was ist jetzt an Danos denn so interessant? Danos verwendet im Hintergrund das DPDK, das ist ein Entwicklungsframework, um Daten besonders schnell weiterleiten zu können. Weil so herkömmliche Firewalls, Router, die es bisher so gibt, die auf normaler Softwarelösung basieren und oft auch eben im Hintergrund Linux oder auch BSD haben, die kranken an einer Problematik, dass die irgendwann die Line-Rates der Netzwerkkarten nicht mehr füllen können. Das heißt, dann sollen da 10 Gigabits über die Leitung gehen und das wird dann geroutet, irgendwann schwierig. Und Danos ist da etwas schneller, eben weil die sich einer Technologie bedienen, die auch in anderen Umgebungen eingesetzt wird. Soweit ich weiß, zum Beispiel von NetGate, das Tensor, das ist im Prinzip auch ein Parallelprodukt, das auch Routing-Funktionen übernimmt, was von eben, wie gesagt, NetGate kommt und NetGate sind auch die Leute, die hinter PFSense stecken. Da gibt es ja jetzt ganz frisch eben die PFSense Plus-Angelegenheit, da will ich jetzt heute aber nicht drauf eingehen, auch ein spannendes Thema. Und ja, wir schauen uns das jetzt mal an. Ich erzähle noch ein bisschen was kurz zu den Hintergründen, wie das entstanden ist, wobei ich da jetzt nicht ganz weit ausholen will, das geht nämlich ziemlich weit zurück. Im Hintergrund kommt das von AT&T und von DNOS oder auch was im Laufe der Zeit dann daraus entstanden wurde. Es wurde dann auch mal geforkt und hin und her und dann wurde es aufgekauft von einer anderen Firma und dann hat es AT&T wieder zurück übernommen und so weiter. Hin und her, dann irgendwann gab es Viata, das ist dann eine Open-Source-Lösung gewesen, die auf diesem DNOS aufgebaut hatte. Und das aktuelle DNOS ist aber eine Open-Source-Lösung. Das ist schon etwas Besonderes, weil es kostet halt auch nichts, das einzusetzen. Also die Lizenzbedingungen lassen das zu, auch es kommerziell einzusetzen. Und die Basis dieser Sache ist Debian Linux. Die aktuelle Version Danos 2012, die jetzt im Januar 2021 rausgekommen ist, basiert auf Debian 10. Und arbeitet im Hintergrund eben mit diesem DPDK. Da kriegt man nicht so viel von mit, außer dass man dann so ein Data-Plane-Interfaces konfigurieren muss, anstatt einfach normalen Interfaces. Und naja, Line-Rate-Speed, das ist etwas, was da versprochen wird. Die Hardware, die man benötigt, um das zu betreiben, ist relativ genügsam tatsächlich. Also kommt immer darauf an, was man jetzt genau damit machen will. Voraussetzung ist SSE 3. Das hat eigentlich jeder Prozessor schon seit Ewigkeiten mit drin. Und was die Ausstattung des Arbeitsspeichers in der Festplatte betrifft, ist, wie man sieht, auch relativ genügsam. Wobei, muss man halt immer gucken und auch mal testen, je nachdem, was man für Anforderungen da hat. Was auch so ein bisschen besonders ist an der Sache, das ist auch so wie bei Tensor von NetGate. Man hat gar kein Web-Interface oder derartiges. Das heißt, es ist schon vielleicht etwas abschreckend für den einen oder anderen, der dann nicht mit Clicky, Mausi, Buntydani, die dann halt im Prinzip lieber die Maus zur Hilfe nehmen und hübsche Interfaces benötigen. Was natürlich auch manchmal tatsächlich Vorzüge hat im Vergleich zu textbasierten Interfaces. Aber hier gibt es eben keines, sondern nur ein Command-Line-Interface. Und das gleicht dann eher dem Cisco IOS oder dem UNOS von Juniper. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal in Proxmox an und installieren mal eine VM. Und da lade ich euch herzlich ein. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet, also nicht sehr viel, sondern ich fange eigentlich from scratch an, damit ihr den ganzen Prozess mal seht. Und zwar lege ich jetzt hier eine VM an. Ich habe schon ein Danos, deswegen, das heißt Danos 1, dann nenne ich das jetzt Danos 2. Ich stelle jetzt erstmal nicht viel weiter ein, lege hier noch fest, dass ich dieses Image, was ich schon vorher heruntergeladen habe, zur Installation verwenden möchte. Es handelt sich hier um ein Linux. Das kann ich alles so lassen. i440fx, das ist was ganz Altes, aber funktioniert ganz gut, denke ich. Word.io, SCSI kann man auch so lassen. QMU-Agent ist jetzt gerade erstmal legal. Die Festplattenanforderungen sind eher gering. Mache ich jetzt einfach mal 12, SCSI, Word.io ist auch gut. Hier habe ich leider nur relativ unperformante Hardware. Ich habe hier gar nicht mehr als zwei Kerne. Zu Demo-Zwecken reicht das aber mal. Und ich lege jetzt hier einfach mal 4096 als Arbeitsspeicher fest. Das reicht auch völlig, vor allen Dingen für die Demo-Zwecke. Ballooning-Device, ja gut, Network. Wir brauchen ja eigentlich zwei Netzwerkkarten. Ich arbeite hier auf dem Proxmox mit VLAN-Aware-Bridges. Das heißt, ich brauche hier nur eine VLAN-ID anzugeben. Die ist jetzt in meinem Fall für das Upstream-Interface die 71. Will keine Firewall aktiv haben. Sage hier Next und Confirm. Und ich will aber mehr als ein Netzwerk-Interface haben. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal auf die neu angelegte VLAN drauf und auf Hardware und sage noch Add Network Device. Wieder VLAN-BR2. Diesmal VLAN-TEC 72 und keine Intel E1000. Die ist zwar auch nett, aber nicht wirklich so geil. Was man jetzt noch machen muss, zumindest in meiner Umgebung war das so, und zwar bei dem Prozessortyp muss ich jetzt hier Host auswählen. Das heißt, er nimmt die Flex von dem Prozessor, der in der Physik tatsächlich drin steckt. Denn ansonsten erkennt er das SSE 3 nicht und dann startet die Data Plane nicht richtig. Ja, können wir weitermachen, würde ich sagen. Drücken hier mal auf Start und gehen dann in die Konsole hinein. Und dann beschleunigen wir hier das Ganze ein wenig, indem wir Enter drücken. Von beschleunigen kann hier aber nicht die Rede sein. Hallo, hallo. Welcome to Danos. Sehr schön. Und da startet das schon, wie man das kennt von einem normalen Debian Linux. Das geht auch relativ zügig. Und dann installieren wir das Ganze mal. Okay, jetzt habe ich hier erfolglos versucht, den Bildschirm zu löschen. Ich wusste nämlich nicht mehr, wie man es installiert. Das musste ich gerade mal nachgucken. Install Image. What would you like to name this image? Können wir erstmal so lassen. Standardeinstellungen übernehmen wir. Den Hauptaccount benutzen, äh, den Hauptaccount, den Hauptbenutzer-Account. So, das wollte ich sagen. Nennen wir Admin. Und dann vergeben wir ein ultra hochsicheres Passwort, das ich jetzt aber hier nicht verraten werde. Das versteht ihr hoffentlich. Und die Konsole können wir auch so lassen. Grupp-Passwort brauchen wir auch nicht. Reduziertes Grupp-Layout auch nicht. SDA übernehmen wir. General Partitioning-Table auch. Alles automatisch. Alles automatisch. Man muss hier also nicht sehr viel tun. How much space would you like to allocate for the V-Router-Partition? Wie? Jetzt habe ich doch Router gesagt, ne? Ich wollte das eigentlich nicht tun. Ich sage eigentlich Router. Ähm, 12, ja, 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 8000, ne? Und für die Log-Partition immer 2000. Braucht man nicht zu printen. Yes. So. Ja. Ganz schön einfacher Prozess, wie man sieht. Für meinen Geschmack ein bisschen einfacher. Also auch jetzt das Tensor zum Beispiel. Das Tensor ist vom Interface für die Installation ein bisschen hakelig. Vielleicht zeige ich das auch mal in einem anderen, äh, Unicast-Vlog. Ah, ist ja schon fertig. Was ist das denn? Bombe, Bombe. So, jetzt, wenn ich neu starte, dann wirft er auch bei Proxmox zum Glück die CD direkt raus. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich genau von der Festplatte starten. So, macht er auch. Das ist super schnell. Vielleicht erzähle ich schon ein bisschen kurz, was ich heute machen möchte. Das heißt, was möchte ich euch jetzt zeigen? Grundkonfiguration. Es geht jetzt nicht darum, das von 0 auf 100 komplett einzurichten, das System. Das wäre zu viel für ein Video, sondern es geht jetzt hier darum, erstmal eine Grundkonfiguration anzulegen. Das heißt, Upstream-Interface, Downstream-Interface. Ich möchte einen Host-Namen setzen. Ich möchte NTP-Server setzen. Ich möchte den SSH-Service aktivieren. Das sind so grundlegende Sachen, die ich jetzt hier einfach mal zeigen möchte. Dazu logge ich mich dann eben auch ein und kriege dann hier das Command-Line-Interface präsentiert. Und es ist jetzt hier eben, wie ich eben schon gesagt habe, so ähnlich wie bei UNOS oder Cisco IOS. Das heißt, man befindet sich jetzt hier erstmal in einem Art unprivilegierten Modus und muss jetzt hier auch erstmal über die Eingabe von Configure in den Änderungsmodus wechseln. Jetzt sage ich Interface, Edit-Interface, Data-Plane. Und wenn ich jetzt tabbe, sehe ich jetzt schon, dass es hier zwei Interfaces gibt, nämlich DP0-S18 und DP0-S19. Das DP0-S18 ist das, was ich auch zuerst angelegt hatte im Installationsprozess unter Proxmox. Das ist eben mein Upstream-Interface. Das heißt, das konfiguriere ich jetzt zuerst. Edit-Interface-DP. Man kann hier auch halt immer tabben, das ist sehr bequem. Das kann ich hier auch mit Show zum Beispiel schon mal nachgucken. Was ist denn da schon eingerichtet? Nämlich gar nichts. Und jetzt kann ich hier mit, indem ich die Fragezeichen-Taste auf der Tastatur drücke, mal schauen, was er mir denn hier für Optionen anbietet. Und die Set-Option ist halt etwas, was wir jetzt gerade verwenden wollen, denn, oder das ist keine Option, es ist eigentlich mehr ein Befehl. Und ich tabbe jetzt hier mal durch. Okay. Also nochmal von neu. Ich habe irgendwie Blödsinn gemacht. Ich habe jetzt nochmal auf den Stand zurückgewechselt, wo nur der ACP konfiguriert war. Und ich zeige euch jetzt, wie man eine IPv6-Adresse statisch setzt. Das ging genauso gut auch mit einer V4-Adresse natürlich. So, Set-Address 291-470-1f15-bfe-20-slash-64. So, und jetzt muss ich mal sagen, Set-Option-Address. Guck nochmal rein. Und so sieht das meiner Meinung nach richtig aus. Das heißt, das möchte ich jetzt auch erstmal wieder commit. Und mache wieder auch ein Comment. Und sage hier, WAN IPv6-Adresse. So. Enter. So, jetzt habe ich also, das gucken wir uns erstmal an. Gehen aus dem Configure-Mod raus. Show Interfaces Data-Plane dp0s18. Mehr Detail brauchen wir hier nicht. Und was sehe ich hier? Ich habe also neben der IPv4-Adresse, die ich per DHCP erhalten habe, auch eine IPv6-Adresse statisch gesetzt. Nun, gut. Das bringt mir jetzt allerdings noch nicht sehr viel. Beziehungsweise wir können gerne schon mal testen, ob ich ins Internet komme über v8, äh, über v4. Das funktioniert schon, aber ins Internet werde ich jetzt noch nicht per v6 kommen. So, um das jetzt zu erledigen, das heißt, wir möchten ja auch noch eine Default-Route ins Internet über IPv6 haben, legen wir die auch noch an. Gehen wir wieder in den Configure-Mode rein. Edit Protocols Static. Schauen wir mal, was hier drin steht. Von Hand ist da noch gar nichts konfiguriert. Set root 6, äh. Und zwar Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash 0. Next Hopp ist für mich die 201, 470, 1F15, BFE, und zwar die 1. Und gehe jetzt hier wieder raus und sage Commit. Diesmal habe ich keinen Bock auf das Kommentar. So. Und auf einmal kann ich auch per IPv6 ins Internet pingen. Wahnsinn. Das heißt, ich habe das WAN-Interface schon mal gesetzt. Wir machen das gleich jetzt auch nochmal mit einem Downstream-Interface. Das heißt, ich gebe in den Configure-Mode rein. Ich kann jetzt auch hier, ohne in den Kontext der Netzwerkschnittstelle zu wechseln, sie sofort konfigurieren. Das ist manchmal etwas einfacher, wenn man nur einzelne Optionen setzen will. Das heißt, anstatt Edit sage ich jetzt hier direkt Set Interfaces Data Plane dp0s19. Und jetzt kann ich hier sagen Address 2168.1.10. Slash24. Ich glaube, das reicht schon. Genau. Das heißt, damit würde ich jetzt eine IP-Adresse auf dem lokalen Interface setzen und sage jetzt hier wieder Commit, Command, LAN IP. Zack. Dann gucken wir uns das Ganze auch mal an. Show Interfaces Data Plane dp0s19 diesmal. Dann sehen wir hoffentlich, ja, wie man hier sieht, dass hier schon eine IP-Adresse gesetzt ist. Schön. Also, das gefällt mir doch schon mal sehr gut. Das ist sehr intuitiv und funktioniert auf Anhieb. Dann, was wollen wir noch machen? Dann, ich würde sagen, wir setzen jetzt mal nochmal einen Host-Namen. Wir konfigurieren NTP und auch noch einen SSH-Dienst. Ja, als Gedankenstütze für mich, aber dann eben auch für euch, habe ich hier diese Wiki-Seite ins Leben gerufen. Wiki.unicast.de. Und zwar gibt es dann hier unter der Rubrik How-Tos gibt es dann hier auch den Punkt Danos und da stehen dann ein paar Dinge drin. Da schauen wir doch mal hier. Setzen der NTP-Server. Set System NTP-Server. So einfach ist das. Set System NTP-Server 2.nl.pool.ntp.org. Wahnsinn. Ich kann hier noch einen setzen. Das ist doch auch schöner, wenn man mehr als einen hat. So, Set System NTP-Server. Natürlich könnte ich jetzt hier auch wieder in den Edit-Modus einfach vorher wechseln, aber ich denke mir, das geht so schneller. Dann committen wir das wieder. Kommentar NTP gesetzt. Ah ja, scheiß. Conscious Tastatur-Layout. So, und damit haben wir jetzt auch schon NTP-Server konfiguriert. Damit sollte das System jetzt sich auch eine eigene Uhrzeit holen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich hier doch Date 5.16 Uhr. Stimmt nicht so ganz. Das Greenwich Mean Time insofern. Und jetzt wollen wir mal SSH konfigurieren. Schauen gerade nochmal nach. Hier SSH aktivieren. Set Service. Falsch. Set Service SSH Listen Address. Set Service SSH Listen Address. Und da nehme ich jetzt einfach Any. und sage dann noch, was war das hier? Set Service SSH Port 22. So, dann sagen wir Commit. Command. Jetzt machen wir uns das Ganze nämlich noch einfacher. Indem wir dann auch per SSH auf die Kiste zugreifen können. Terminal. Ich will ein Terminal. So, holen wir uns jetzt mal das Terminal. Und dann probieren wir das Ganze doch auch mal aus. 201. Naja, deutsches Tastatur layout wieder. 1F 15 BFE 20. Ah, guck mal da. Da wird mein Fingerprint angeboten. Den habe ich natürlich sehr ausführlich jetzt auch kontrolliert. Oh, muss ich ja das Passwort eingeben. Nicht den Benutzernamen. So. Und jetzt bin ich auf einmal per SSH auf der Kiste drauf. Wahnsinn. Jetzt sieht das Ganze schon tausendmal schöner aus, als hier in diesem fiesen Terminal-Emulator. Obwohl das natürlich auch ein Terminal-Emulator ist, aber ein schönerer einfach. Jetzt kann ich hier genauso in die verschiedenen Modi wechseln. Das heißt, naja, jetzt haben wir aber eigentlich alles gemacht. Ich könnte jetzt mir zum Beispiel auch mal show configuration full. Ne, show configuration, wie hieß das noch? Oh, so. Kann ich mir jetzt auch die komplette Konfiguration mal anschauen. Da sind einige Punkte, die sind hier jetzt erstmal noch irrelevant, aber die oberen, die Data Plane Interfaces, die sind schon mal angezeigt. Hier stehen allerdings jetzt auch die Standardparameter mit drin, die in der Konfiguration tatsächlich zu finden sind, auch wenn ich sie jetzt nicht explizit gesetzt habe. Aber die, die ich gesetzt habe, ist zum Beispiel Address DHCP, die statische IP-Adresse für beide Interfaces daneben auch. Dann habe ich hier unten den Routing-Eintrag, um ins Internet zu kommen. Und das sind jetzt alles Standard-Fireball-Regeln. Die schauen wir uns jetzt nochmal nicht an. Aber da habe ich gerade hier NTP auch gesehen. Heißt jetzt gerade nicht, wo SSH hin verschwunden ist, aber die NTP-Service sind halt auch gesetzt. Ja, und das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ich habe hoffentlich schon mal einen kleinen Einblick verschafft in die Funktionsweise dieses Systems. Und für den einen oder anderen mag das tatsächlich auch von Interesse sein. Ich persönlich halte das für eine sehr interessante Angelegenheit. Ich habe selbst auch noch nicht komplett eruiert, inwieweit das für mich interessant sein könnte. Und ich habe bei mir einige Router-Systeme produktiv tatsächlich laufen. PFSense, OPN-Sense. Ich habe auch OpenWrt im Einsatz. Und überlege tatsächlich auch Danos durchaus als Router einzusetzen, da ich halt auch mit 10 Gigabit arbeite, geroutet, also nicht nur über den Switch, sondern auch über den Router, möchte ich 10 Gigabit gerne übertragen können. Und da ist OpenWrt schon ziemlich gut drin, aber ich wollte mal gucken, was ich da mit Danos vielleicht noch rausquetschen kann. Allerdings bin ich auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie jetzt die Firewall-Konfiguration aussieht oder zu konfigurieren ist. Das möchte ich mir in Ruhe erstmal angucken, bevor ich euch das dann auch möglichst in einem weiteren Video dann noch zeigen kann. Also in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch für eure Geduld und euren Spaß, den ihr hier mit mir gehabt habt. Und verabschiede mich. Alles Gute. Wiedersehen.